Entdecken Sie Frieden Nachdem Sie angefangen haben, regelmäßig zu meditieren und bei Ihrer Arbeit mit Hindernissen und Emotionen Sanftmut weiten zu lassen, werden Sie vielleicht Momente erlebt haben, in denen sich Ihre Praxis friedvoll anfühlte. Sie haben Zeit damit zugebracht, zu lernen, wie man auf den natürlichen Gezeiten des aus- und einströmenden Atems reitet und sich bei diesem Prozess vollständig in den Körper hinein entspannt. Infolgedessen kam Ihnen möglicherweise in irgendeinem Augenblick der Gedanke, das ist anders. In dem Moment werden Sie vielleicht entdeckt haben, dass unter dem ungestümen Wirbelwind der Gedanken und Emotionen das liegt, was man als Ihre Natur des friedvollen Verweilens bezeichnet. Friedvolles Verweilen Ursprünglich habe ich daran gedacht, diesen inneren Kern, das friedvolle Verweilen, schon am Anfang dieses Buches zu erwähnen. Allerdings ist es besser, an eine eigene Erfahrung dieses Zustands anknüpfen zu können, als bloß eine theoretische Vorstellung davon zu haben, worum es hier geht. Ich hoffe, dass Sie jetzt an diesem Punkt bereits körperlich nachempfinden können, worüber ich hier spreche, und nicht meinen, hier geht es um eine philosophische Erörterung. Sollten Sie im Verlauf Ihrer Praxis noch in keinem Moment das Gefühl gehabt haben, in Frieden zu sein, dann vertrauen Sie mir bitte. Der Moment wird kommen. Dieser Zustand des ruhigen Verweihens kennzeichnet, was Sie ausmacht. Er ist der Kern des Menschen, der Sie sind. Und nicht nur Ihnen wohnt er inne, sondern jedem von uns. Wir alle tragen diese angeborene Wachheit in uns. Diesen friedvollen Zustand nennt man im Sanskrit Tathagatagarbha, was sich mit Buddhanatur übersetzen lässt. Die Bezeichnung Buddhanatur bringt zum Ausdruck, dass, ganz wie der Buddha, auch Sie den Samen in sich haben, der Sie in die Lage versetzt, auf eine umfassende und tiefgründige Art und Weise zu Ihrem Leben und zu Ihrer Welt zu erwachen. Sie haben Teil an dem gleichen Potenzial, über das der Buddha verfügte. Denn Ihr Sein ist auf natürliche Weise friedvoll. Von Zeit zu Zeit werden Ihnen Zweifel an dieser Aussage kommen, was total verständlich ist. Einen so großen Teil der Zeit haben wir Zweifel daran, dass wir friedvoll sein können. Meist denken wir, unsere grundlegende Natur sei verwirrt, aggressiv, ein großes Durcheinander. Und tatsächlich gelangt unsere Geistesenergie in erster Linie gerade in dem Bereich zum Einsatz. Meinen Sie nicht? Ich erinnere mich gut. Schon frühzeitig in meiner Meditationsausbildung hat ein Lehrer darauf hingewiesen, dieser friedvolle Zustand gleiche der am Himmel scheinenden Sonne. Die Sonne ist die ganze Zeit vorhanden, leuchtend und strahlend hell. Vielfach wird sie allerdings von Wolken verdunkelt. Diese Wolken kommen und gehen, ganz wie unsere hasserfüllten Gedanken und Emotionen. Und sie sind mitunter lückenhaft genug verteilt, um Sonnenstrahlen durchzulassen. Die Sonne entspricht unserem Grundzustand, unserer Wachheit. Zwar wird sie häufig durch Verdunkelungen getrübt. Die Tatsache, dass sie hell scheint und uns die ganze Zeit zur Verfügung steht, bleibt davon jedoch unberührt. Wir sind grundlegend gut. Es gibt eine weitere Möglichkeit, den angeborenen Wachheitszustand zu betrachten. Wir können sagen, dass wir auf grundlegende Weise gut sind. In der Shambhala-Tradition des tibetischen Buddhismus wird der Begriff grundlegende Gutheit häufig verwendet. Je besser wir mit unserer Wachheit vertraut sind, darauf verweist der Ausdruck, umso klarer wird uns, dass wir im Grunde freundlich, stark und weise sind. Im Unterschied dazu glaubt man in einigen religiösen Traditionen ursprünglich schlecht, in grundlegender Weise sündig zu sein. Das liefe auf eine um 180 Grad verschobene Sicht der Dinge hinaus. Denn im Kern sind wir wach und gut. Das ist unser angestammtes Recht. Das kennzeichnet uns. Zu Beginn meiner persönlichen Meditationspraxis habe ich nicht begriffen, wie wichtig dieser Punkt ist. Ich dachte, die Praxis wirke beruhigend, und falls sie mich obendrein in die Lage versetzen würde, im Alltag stärker präsent zu sein, wäre das natürlich ebenfalls hilfreich. Im Lauf der Zeit fand ich freilich heraus, dass der gesamte Weg lediglich die angeborene Wachheit zum Vorschein kommen lässt. Falls sie nur einen einzigen Gedanken aus diesem Hörbuch mit in ihren Alltag hinübernehmen sollten, dann hoffentlich die Vorstellung, dass sie bereits gut sind und wach sind und diesen Frieden lediglich für sich selbst zu entdecken brauchen. Ich nehme an, an der Stelle sind sie bereit, weiterzugehen. Frieden? Okay, habe ich verstanden. Meinerseits besteht allerdings das Bedürfnis, auf diesen Punkt noch genauer einzugehen. Denn von klein auf hat ihnen die Gesellschaft stets das Gegenteil von dem eingeflüstert, was ich hier deutlich zu machen versuche. Angefangen mit den Reklametafeln über die Illustrierten bis hin zu den gesellschaftlich vorgegebenen Erwartungen im Dunstkreis von Bildung und Berufskarrieren hat man ihnen andauernd erzählt, sie seien nicht gut genug. Ihnen stehe eigentlich nicht viel zu, sie seien dessen nicht würdig, bei ihnen müsse was repariert werden. Was man uns daraufhin anbietet, gleicht in den Augen vieler von uns einem korrigierend wirkenden Wundermittel. In Reaktion auf die gesellschaftlich eingeimpfte Armutsmentalität hören wir Botschaften, die uns sagen, wie wir besser werden können. Insbesondere in der Welt der Werbung wird ihnen unablässig eingetrichtert, all ihre Probleme seien gelöst, sofern sie nur das neue Make-up, iPad oder Kinderpflegeprodukt kaufen. Wir sind mit anderen Worten darauf konditioniert worden, Gutheit und Ganzheit außerhalb von uns zu suchen. Man hat uns erzählt, auf die äußeren Umstände komme es entscheidend an, auf einen neuen Job, auf dieses oder jenes käuflich zu erwerbende Produkt oder auch auf einen Partner in einer romantischen Liebesbeziehung. Erst dann seien wir wahrhaft glücklich. Leider kann ich Ihnen die folgende Mitteilung nicht ersparen. Das stimmt nicht. Der neue Job wird ebenso viel Stress mit sich bringen wie der alte, wenn nicht mehr. Oder die Anzahl Ihrer Arbeitsstunden wird zu hoch sein, oder man wird Sie dort nicht so wertschätzen, wie Sie es sich erhofft haben. Was Sie kaufen, wird kaputt gehen. Sie werden das Produkt bald satt haben, oder in sechs Monaten kommt eine neue Version auf den Markt, die Ihre in den Schatten stellt. Zeit mit dem oder der Herz aller Liebsten zu verbringen, mag angenehm für Sie sein, aber letztlich werden sich Ihre Wege trennen. Denn sofern es zwischen Ihnen nicht zum Bruch kommt, meldet sich irgendwann der Tod, und beides kann traumatisch sein. Sollten Sie meinen, in äußeren Umständen dauerhaftes Glück finden zu können, werden Sie unweigerlich eine Enttäuschung erleben. Soweit die schlechte Nachricht. Weder ein neuer Arbeitsplatz, noch ein neu gekauftes Konsumprodukt oder die Suche nach einem neuen Partner wird Ihnen immerwährendes Glück bescheren. Andererseits habe ich auch eine gute Nachricht. Chökyam Trungpa Rinpoche soll sie Ihnen überbringen. Denn ich finde, er hat sie in einem seiner Bücher bestmöglich formuliert. Hier die eigentlich frohe Botschaft. Wir sind von Natur aus Buddha. Und wir sind von Natur aus gut. Könnten wir das wirklich glauben, oder noch besser, es so erleben, wären wir in einer guten Verfassung? Glück ist keineswegs unerreichbar. Es beruht darauf, dass Sie bei Ihrer augenblicklich existierenden Erfahrung sind. Mit anderen Worten, bei Ihrer angeborenen Wachheit. Genau in diesem Moment können Sie Zufriedenheit finden. In diesem Augenblick können Sie sich an sich selbst erfreuen, weil Sie im Grunde gut sind. Hier wage ich mich keineswegs einfach nur ins Reich der buddhistischen Philosophie vor. Vielmehr sage ich, mittels Meditationspraxis wird diese Vorstellung von grundlegender Gutheit, Ihrer angeborenen Wachheit, für Sie erfahrbar und zur tatsächlichen Erfahrung. Grundlegende Gutheit können wir gründlicher und vollständiger erfahren, indem wir das Tempo, mit dem wir unterwegs sind, bis zu dem Punkt drosseln, an dem wir Zugang zur Erfahrung des natürlichen Friedens erhalten. Die Meditation dient uns als Werkzeug, mit dessen Hilfe wir zum Himmel hinaufsteigen, die Wolken zerteilen und nicht länger zulassen, dass sie die Sonne verdecken. Wir kehren zum gegenwärtigen Augenblick zurück, ein ums andere Mal, und das ist, als würden wir die Wolken auf Seite schieben. So fördern wir zu Tage, was hinter den Wolken liegt. Die strahlende Sonne, unser Zustand friedvollen Verweilens. In diesem Sinn führt Meditation uns ganz praktisch zu dem Schluss, dass wir nichts in Ordnung bringen oder verbessern müssen. Denn gut sind wir bereits und brauchen diese Wahrheit nur zu entdecken. An anderer Stelle desselben Buches, Das Herz des Buddha, hat Chökyam Trungpa außerdem gesagt, für uns kommt es darauf an zu erkennen, dass wir im Grunde gut sind. Schwierigkeiten entstehen überhaupt nur dann, wenn wir diese Gutheit nicht erkennen. Wir müssen nicht hinausrennen, um uns grundlegende Gutheit oder Frieden zu kaufen. Beides entdecken wir in uns, im gegenwärtigen Augenblick. Wir brauchen nur eines zu tun, erkennen, dass wir die betreffende Erfahrung machen. Sobald Sie diesen friedvollen Zustand kennengelernt haben, fällt das Meditieren leichter. Vorher werden Sie vielleicht gesagt haben, durch diese Meditation werde ich ruhiger werden. Jetzt sagen Sie, ich habe die Erfahrung gemacht, bei dem zu bleiben, was ist. Auf diesen friedvollen Zustand habe ich einen ersten Blick werfen können. Und das möchte ich erneut tun. Damit haben Sie den Übergang von einer Erwartungshaltung zu einer auf Erfahrung beruhenden Haltung vollzogen. Wenn Sie sich jetzt entmutigt fühlen, bedarf es, um sich zum Sitzen auf dem Meditationskissen zu motivieren, keiner großen Geistesaktivität. In die eigene Erfahrung vertrauen. In Ihrer Meditationspraxis einen Augenblick des Friedens zu erfahren, verschafft Ihnen mehr Motivation, diesen Weg weiterzugehen, als ich Sie Ihnen in diesem Buch jemals bieten könnte. Ich biete Ihnen lediglich Worte, und Sie können sich entscheiden, ob Sie Ihnen vertrauen oder nicht. Wer selbst zu einer Erfahrung von Frieden gelangt, kann sich auf diese innere Gewissheit wirklich stützen. Genau die Art von Gewissheit wird in der buddhistischen Überlieferung als Vertrauen bezeichnet. Sie vertrauen nicht auf die Fähigkeit eines anderen Menschen, Ihnen seine Erfahrung mitzuteilen. Sie vertrauen auf sich selbst. Sie haben Vertrauen in die eigene Erfahrung von Frieden. Wenn Sie lernen, immer wieder mit Ihrer grundlegenden Gutheit in Kontakt zu kommen, beginnen Sie, diese Gutheit auch bei anderen Menschen zu erkennen. Allmählich sehen Sie, dass auch andere das Potenzial haben, so präsent und friedvoll zu sein wie Sie. Ein von meinem Lehrer Sakyong Mifam Rinpoche in diesem Zusammenhang ziemlich vielverwendetes Wort ist würdig. Sind Sie in grundlegender Weise gut, dann bedeutet das, nichts an Ihnen ist von Natur aus verkehrt. Daher haben Sie alles gut verdient, sind seiner würdig. Das Gleiche lässt sich über unseren Liebsten, unsere Liebste, über unseren Chef und über den Nachbarn sagen, den wir nicht ausstehen können, weil bei ihm immer die Musik so laut dudelt. Ihnen allen wohnt im Grunde dasselbe ruhige Verweilen inne. Auch wenn Sie nicht immer von diesem strahlenden Ort aus handeln, auch wenn Sie zulassen, dass sich regelmäßig die Wolken der Verwirrung über Ihnen zusammenbrauen und Sie dann unheilvolle Dinge tun. Nichts desto weniger verfügen Sie über dasselbe Potenzial zur eigenen Gutheit zu erwachen. Je größeres Vertrauen Sie in die eigene Gutheit haben, umso leichter sind Sie dafür zugänglich, sie auch in anderen zu sehen. Auf diese Weise begegnen Sie anderen nicht auf der Wellenlänge, Sie stehen meinem Glück im Weg, sondern im Sinn von Ich bin würdig und Sie sind würdig. Zwischen uns kann eine Verbindung entstehen. Indem Sie die Gutheit bei sich selbst und bei anderen erkennen, geben Sie eine offene, sehr geräumige Plattform ab, auf der eine echte Interaktion stattfinden kann. Wie Sie die Welt betrachten wollen, haben Sie selbst in der Hand. Jene Augenblicke des Friedens könnten Sie ignorieren und sich stattdessen den Standpunkt der Gesellschaft zu eigen machen, demzufolge Sie persönlich im Grunde ein ziemliches Durcheinander sind und in Ordnung gebracht werden müssen. Sie könnten weiter zu äußeren Umständen Zuflucht nehmen. Angefangen mit dem beruflichen Weiterkommen über den Kauf der neuesten Konsumprodukte bis hin zu neuen Verabredungen und sehen, wie das bei Ihnen funktioniert. Oder Sie können sich an den Momenten erfreuen, in denen Sie die Erfahrung von Frieden machen. Und da Sie diesen Zustand des ruhigen Verweilens nun entdeckt haben, können Sie eine bewusste Entscheidung treffen. Sie können sich entscheiden, die innere Gewissheit, die auf der Erfahrung von Frieden beruht, weiter zu fördern. Zuflucht 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 Zuflucht